Mindest 8, da geht es nicht. Kollege, haben Sie eine Genehmigung? Ich will noch ein paar Akten haben. Oh, kannst du haben, da! Wir haben viel zu verbergen. Sehen Sie sowas, das hier, das ist eine Drehgenehmigung. Verstehen Sie mich nicht? Wir haben doch noch welche gefunden in den tiefsten Tiefen des Verfassungsschutzes. Liebe Freunde, wir sind ja an einem geschichtsträchtigen Platz. Dieser Platz, den wir hier hinter uns sehen, dort stand einst ein großer grauer Kasten. Auch so wurde er von der Berliner Bevölkerung genannt. Großer grauer Kasten. Es war kein Glorien-Schluss, es war kein Schwanstein, es war nur ein grauer Kasten. Und den will unser Senat wieder aufbauen. Und dazu habe ich ein paar kleine Statements geschrieben. Sehr gut. Gut gesagt. Schaut euch diesen Platz hier an, freies Feld. Doch, Mann, oh Mann, Prinz Wowi will ein neues Schloss, in dem jetzt schon ohne Bau mehr als eine Million Euro fluss. Ein Zeichen für Demokratie ist das nicht. Gewiss. Denn nach Bär, Opa und GSW, wer wittert denn hier keinen Beschiss? Wir wollen kein Stadtschluss für Milliarden bauen. Die Rechnung und Klingeleien sind mir schon jetzt ein purer Grauen. Denn in König-Kaiser-Diktatur sehen wir nicht Pump-Romantik-Gloria, sondern nur Braunen Terror. Krieg, eben wie es früher einmal war. Und deshalb sage ich, Stadtschluss, nein danke. Stadtschluss, nein danke. Stadtschluss, nein danke. Stadtschluss, nein danke. Dankeschön. Wollt ihr was machen? Was für eine Schweinerei. Genau. Wir sollten eine deutsche Bank hier hinstellen. Genau. Ja, bravo. Geh, 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 geh. Das war es eigentlich schon. Oder willst du mal ein Reder halten? Schnapp Freude. Wir haben noch einen. Einen haben wir noch. 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 Bitte ein paar Akten. Einen haben wir noch. Ein paar Akten bitte. Wir brauchen noch ein paar Akten. Ja. Dankeschön. Und noch ein paar Akten. Und für dich ein paar Akten.